Eine letzte Frage noch, weil es um die nächsten Generationen geht. Aktuell ist ja der Weltklimagipfel in Glasgow. Da ist ja auch Alexander Schallenberg vor Ort. Es fehlen jedoch Xi Jinping und Wladimir Putin. Spricht das Bände, wenn zwei dieser Regierungschefs dort nicht vor Ort sind? Also es ist klar, wenn Europa eine Vorreiterrolle einnehmen will in diesem Klimathema, dann erwarte ich mir das auch von den anderen großen Nationen, die eigentlich die Hauptemittenten sind. Weil schauen wir mal klar dorthin, was passiert. Europa ist nicht der Kontinent mit dem größten CO2-Ausstoß. Und wenn wir auch schauen, wenn wir das Bruttoinlandsprodukt pro CO2-Ausstoß anschauen, dann ist Europa da nicht das große Problem. Wir haben Industrienationen wie China, die hier einfach mit an Bord kommen müssen. Sonst wird der Beitrag Europas alleine nicht ausreichen, um die Klimaziele zu erreichen. Ich erwarte mir dann schon auch Commitment. Und es kann nicht nur sein, die Kohlekraftwerke außerhalb Chinas nicht mehr zu finanzieren. Das ist ein schöner erster Schritt, aber eben nur ein erster. Auch was das Thema Plastikmüll in den Meeren betrifft. So, wenn wir die zehn größten Flüsse anschauen, sind acht Flüsse in Asien, in Afrika. Hier gilt ein globales Thema zu lösen und Klimaschutz hat keine Grenze. Auch CO2-Ausstoß hat keine Grenze. Was mir aber wichtig ist, ist, dass die europäischen Unternehmen nicht benachteiligt werden, indem Europa Vorreiter ist. Und die anderen dann sagen, ja, es interessiert uns aber eigentlich nicht. Und europäische Unternehmen absiedeln in andere Länder, weil wir hier strengere Regeln haben. Also das ist meine Message auch an die Kommission, an den Vizepräsidenten Timmermans, der dann schon seinen Green Deal weit oben hinauf geschrieben hat. Aber ich sage, es braucht beides, braucht Arbeitsplätze und Klimaschutz. Ohne Arbeitsplätze kann ich kein Klima schützen. Das ist auch klar. Das heißt auch, das ist eine gestattete Einzahl, weil die USA ja angekündigt haben, dass sie eigentlich E-Autos aber nur von amerikanischen Anbietern fördern wollen und unterstützen wollen. Muss hier Europa auch mehr Stärke zeigen und sagen, okay, dann fördern wir nur europäische Anbieter? Also ich habe da eindeutig widersprochen und das auch unterstützt. Österreich unterstützt die Protestnote gegenüber den USA dort, weil es einfach auch nicht den Welthandelsregeln entspricht. Ich kann doch nicht einfach sagen, ich unterstütze jetzt nur bei den Förderungen amerikanische Autos. Das ist nicht WTO-konform. Das dürfen wir auch nicht durchgehen lassen. Wenn das jeder beginnt, dann haben wir wieder das Thema, dass große Nationen wie die USA zwar sagen, dass sie Klimaschutz wollen, aber es ganz anders tun. Sie wollen auf Augenhöhe mit Europa arbeiten, aber tun dann nur das, was für die USA gut ist. Und das dürfen wir so nicht durchgehen lassen. Das dürfen wir so nicht durchgehen lassen.